Norddeutscher Rundfunk 2021 Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Wir verstehen gar nichts! Macht es Ihnen eigentlich Spaß, zwei Liebenden, ihren wichtigsten Moment im Leben zu zerstören? Ich wollte sie gerade fragen, ob sie meine Frau werden will. Entschuldigung. Und jetzt? Willst du mich heiraten? Unbedingt. Das ist gut. Was? Richtig gut. Nein, ach, nein, du verstehst das nicht. Doch, doch, du bist gut, du bist fantastisch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du, ich bin beeindruckt. Ich bin normalerweise nicht so, tut mir leid. Doch, doch, bist du. Ich kann ziemlich lustig sein, wenn du willst. Sag mir, was ich sein soll und ich bin es für dich. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Ich bin voll bis zum Bewusstsein. Untertitelung des ZDF, 2020